Moin! Ihr seid ja wieder bei mir im Badezimmerschrank. Lange nicht gesehen und doch wiedererkannt. Erkennt ihr mich auch wieder? Ich habe mir sagen lassen, dass ich mich ein bisschen verändere, seit ich hier bin. Ja, aber ein bisschen Anpassung muss sein. Okay, aber für das, was ich heute vorhabe, ist der Hut vielleicht ein bisschen unpraktisch. Ebenso, dass ich schon angezogen bin. Deshalb gehe ich noch mal ganz kurz zurück ins Schlafzimmer und ändere das. Ich bin gleich wieder da. So, das ist schon viel besser. Hut ab, Hemd aus und dann kann ich auch gleich loslegen. Heute habe ich eigentlich nichts besonderes vorzuzeigen, außer, dass ich einen neuen Rasierpinsel habe, den ich euch mal kurz zeigen möchte, weil ich von dem ganz begeistert bin. Und eigentlich ist es so, sobald ich mich oder seit ich mich mit Rasurprodukten beschäftige, war es eigentlich immer so ein Traum von mir, der aber relativ einfach zu erfüllen ist, einen Rasierpinsel der Marke Simpson zu besetzen, weil ich die irgendwie, also das ist eine Marke mit langer Geschichte und die sehen irgendwie stylisch und klassisch aus. Und jetzt habe ich mir tatsächlich mal einen Simpsonpinsel geholt und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Zu dem möchte ich euch gleich ein bisschen was sagen. Also erstmal zur Marke Simpson, Alexander Simpson stellt Rasierpinsel her in Großbritannien auf der Isle of Man seit 1919. Ja und da gibt es einige super hochwertige Qualitätspinsel. Ich würde sagen, Qualitätspinsel sind das alle. Ja und da gibt es aber auch einige, zum Beispiel wenn man sich die DAX Haarpinsel von Simpson anguckt, die kosten teilweise hunderte von Euro. Also ja wirklich teilweise ganz ganz edle und hochpreisige Produkte. Ich habe mir aber, weil ich nicht unbedingt so viel Geld für einen Rasierpinsel ausgeben möchte, auch wenn es sich vermutlich lohnt, ich habe trotzdem zu einem preiswerteren Modell gegriffen, mit dem ich trotzdem sehr zufrieden bin. So, ich kann den einmal in die Kamera halten, bevor ich so viel rede und euch gar nichts zeige. Ich habe mir diesen Pinsel hier geholt und das ist von Simpson ein T2 Trafalgar und das ist ein Synthetikpinsel. Ja, es gibt diese Trafalgar-Reihe und da gibt es den T1, T2 und T3. Es sind drei verschiedene Größen. T2 ist die mittlere Größe. Der ist insgesamt 90 mm lang und der Knoten ist 24 mm breit. Ich glaube bei dem T1, das ist das kleinere Modell, sind es glaube ich 23 mm und bei dem relativ großen, klobigen, finde ich, T3 sind es glaube ich 25 mm. Ja, also nicht nur der Knoten, sondern auch der Griff. Die haben verschiedene Größen. Ich habe mir gedacht, die mittlere Größe, die wird schon passen und ich muss sagen, dieser mittelgroße T2 Trafalgar liegt wirklich ganz gut in der Hand. Also der T3 wird mir wahrscheinlich auch zusagen von der Größe her. Der T1 ist glaube ich eher sowas wie ein, ist glaube ich eher als Reisepinsel geeignet. Der ist wirklich ein bisschen lüt, ja, aber der hier ist ganz gut. Genau, ich kann nochmal im Detail zeigen. Also da haben wir das Firmenlogo Alexander Simpson, since 1919. Und hier Sovereign Synthetic Fiber Handmade. Ja, so sieht der aus. Ist mein, ich glaube mein dritter Synthetikpinsel. Ich habe noch einen relativ günstigen aus der Drogerie. Ich weiß gar nicht mal, wie die Marke heißt. Das habe ich irgendwie bei Bodny, Rossmann oder so gekauft. Der ist auch in Deutschland. Und dann habe ich hier noch den Feinpinsel. Und ja, den Feinpinsel, den Synthetikpinsel von Fein mag ich auch sehr gerne. Der hier ist im Gegensatz zu dem Feinpinsel, finde ich, ein bisschen, hat mehr Rückgrat. Also die Borsten sind ein bisschen robuster, ein bisschen, ja, ein bisschen weniger nachgiebig. Ist aber weder positiv noch negativ. Ist einfach Geschmackssache. Und es ist trotzdem ein Pinsel, mit dem man sich sowohl mit Rasiercreme als auch mit Rasierseife, finde ich, einen sehr schönen Schaum aufschlagen kann. Ja, und das werde ich gleich mal machen, denn es ist heute Dienstagmorgen und ich muss zur Uni bzw. zur Arbeit und muss mir da natürlich die Haare machen und mich rasieren, damit ich frisch bin und mich dann noch passend anziehen. Deshalb werde ich das einmal ganz kurz erledigen. Zuerst mal die Haare und ich habe mir gedacht, heute klassisch amerikanisch Haarwasser und Aftershave von Clubman. Also wer Clubman nicht kennt, absoluter Hermenenz, glaube ich, ein Barbershop-Klassiker. Etwas schwer zu definierender Duft, aber auf jeden Fall ein Duft mit Wiedererkennungswert. Also wer Clubman noch nicht probiert hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, ich habe alle möglichen Haarwässer und Aftershaves, aber Clubman ist sowas, das bei mir im Badezimmer stehen muss, weil das wirklich regelmäßig zur Anwendung kommt und sowohl von dem Haarwasser als auch von dem Rasierwasser habe ich auch schon im Lauf meiner Zeit mehrere Flaschen leer gemacht. Also das ist ein Klassiker. Evergreen kann man es vielleicht auch nennen. Ja, also einen schönen gepflegt wirkender, würziger, zeitloser Duft. Deshalb einmal eine schöne Kopfhautmassage mit diesem wunderbar duftenden Hairtonic oder Haarwasser. Und dann gibt es gleich zum Frisieren eine leichte Pomade hinterher. Auch ein absoluter Klassiker seit den 20er Jahren, Murrays Hair Glow. Eine meiner liebsten Pomaden, da sie schön weich ist und ich ja weiche Pomaden bevorzuge. So, ordentlicher Klacks in die Hand. Da meine Haare relativ pomadefrei sind. Die letzten, ja die letzten paar Tage Frisiercreme benutzt. Aber heute mal wieder Pomade. Auch aufgrund der pflegenden Eigenschaften. Es ist für mich, für meine Haare und Kopfhaut eigentlich immer ganz gut, wenn ich hin und wieder Pomade nehme. Denn ich habe Probleme mit trockener Haut, mit trockener Kopfhaut. Und ich habe das Gefühl Frisiercreme pflegt da nicht so wirklich wie Pomade es tut. Aber Pomade, besonders leichte Pomaden, die auch zum Beispiel Lanolin oder Olivenöl oder ähnliches enthalten. Damit kriege ich meine trockene Kopfhaut eigentlich immer sehr gut in den Griff. Deshalb, auch wenn sich mit Frisiercreme meine Haare gut in Form bringen lassen, aber hin und wieder muss dann doch wieder Pomade sein. Ja, muss klingt so wie eine lästige Pflicht, aber Pomade ist ja auch ein tolles Produkt. Deshalb ist es doch immer wieder eine Freude, wenn ich mir eine Pomadefrisur machen kann. So, alles wieder in Form gebracht. Haare sind für meinen Geschmack hinten und einen Seiten schon wieder einen kleinen Tick zu lang. Ich denke mal, ich werde vielleicht jetzt kommenden Samstag wieder zum Friseur gehen. Und dann das Ganze einfach so ein bisschen aufräumen lassen wieder. Also keine großartige Veränderung. Denn wenn man schon einen Haarschnitt hat, der einem gefällt, der einem zusagt und der gut ist, dann geht man ja eigentlich immer nur zum Friseur, um das Ganze wieder in Ordnung bringen zu lassen. Nicht für eine großartige Veränderung. So. Ja, ich würde sagen, das geht. Vielleicht nachher, bevor ich aus dem Haus gehe, noch einmal kurz nachkämmen, noch einmal nachbessern. Aber die Grundfrisur steht erstmal. So. Dann kommt jetzt als nächstes die Rasur. Dann nehme ich natürlich den Trafalgar her. Und eine Rasierseife. Klassiker heute. Heute nichts Spezielles. Einfach ganz klassische Sachen. Pro Raso. Die grüne. Sapone. Tutte le Barbe. Con Olio e Eucalypto e Mentolo. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Also die grüne mit Eucalyptus und Menthol. Und man sieht. Da ist Ebbe. Es ist nicht mehr viel da. Aber neuer Tiege ist schon bei mir in der Schublade. Für Nachschub ist immer gesorgt bei mir. Bei solchen Sachen. Ich warte nicht bis es leer ist. Und wenn es sich dem Ende neigt, wird nachbestellt. So verhält es sich zum Beispiel auch mit der Hairglow. Da habe ich erst gestern eine neue Dose bestellt. Zusammen mit anderen Sachen. Einige neue Sachen. Die ich bis jetzt noch nicht hatte. Die auch mit Rasur zu tun haben. Das heißt. Da kommt dann auch wieder ein Video. Ja. Okay. Einmal den Pinsel nass machen. Bei so Synthetikpinseln geht das eigentlich immer recht schnell. Muss man nicht großartig einweichen lassen. Wie das zum Beispiel. Wie ich das zum Beispiel bei Schweineborstenpinsel mache. Und dann. Ein bisschen was im Tiegel aufschäumen. Da der Tiegel fast leer ist es da auch viel Platz zum Aufschäumen. Das ist gut. Tick mehr Wasser. So. Da bildet sich schon ein vernünftiger Schaum. So. Aufpassen, dass ich nicht so viel auf mein Unterhemd klecker. Das wollte ich nicht nochmal wechseln, bevor ich losgehe. So. Einmal alles eingeseift. Weg damit. Und dann geht es los. Nimm heute meinen All Time Klassiker. Mein erster. Sag ich mal richtiger Hobel. Abgesehen von dem schwarzen Wilkinson Plastikbomber. Also mein erster Hobel der komplett aus Metall ist. Habe ich seit vielen Jahren nicht genau den hier. Weil der erste mir mal kaputt gegangen ist. Aber der Merkur 23C war praktisch mein erster. Und ist immer noch einer meiner liebsten wenn nicht mein liebster. Mit einer Feather Klinge. Ist heute der zweite Durchgang mit der Klinge. Die ist also noch recht frisch. Merkur 23C mit Feather. Geht eigentlich immer gut. Ja. Und dann geht es gleich los auf den Campus. Bei schönem texanischen Frühlingswetter. Ja. Ende März. Aber wir haben schon wieder locker über 30 Grad. Also ich glaube 33 war das neulich. Da ist Deutschland soweit ich weiß gerade noch nicht. Nicht verwunderlich. Ist ja auch erst Ende März. Also so. Ich glaube in Hamburg sind es heute so 15 Grad oder sowas um den Dreh. Natürlich. Da sind natürlich hier über 30. Auch nochmal ein anderer Schnack. Aber mir gefällt es. Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Schwierig wird es für mich wahrscheinlich erst wieder im Sommer. Wenn es dann auch auf die 38 zu geht. Also dann wird es wirklich kriminell. Aber so wie heute oder die Tage 30 bis 33. Das ist durchaus zu ertragen. Und ich finde es schön, dass ich fast das ganze Jahr ohne Jacke rausgehen kann. Eigentlich immer mit kurzärmeligen Hemden. Ja, das ist eigentlich eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Also dass ich mich nicht noch extra in Pullover einkleiden muss. Und eine Mütze auf. Schal um und so weiter. Ja, ich mag es schon so in kurzer Hose und kurzen Hemden rumzulaufen. Alles schön luftig. Deshalb ist das durchaus ein angenehmes Klima für mich. Abgesehen von den viel zu heißen Sommern. Also August ist glaube ich besonders schlimm. Da wird es dann richtig heiß. Da geht es dann so fast auf die 40 Grad zu. Oder teilweise auch 40 Grad. Nur hier in Austin direkt nicht. Aber so ein bisschen außerhalb da werden es teilweise auch 40 Grad. Einmal war ich in San Antonio. Da waren es glaube ich 40 Grad in der Innenstadt. Und das war wirklich, wirklich, wirklich verdammt heiß. Ja. Okay. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Dann kommt jetzt das Endprogramm. Und dann bin ich fit für Uni und Arbeit. Deshalb alles nochmal mit kaltem Wasser ablöschen. Okay. Und zum gepflegten Erscheinungsbild gehört natürlich auch ein gepflegter Duft. Deshalb, wie angekündigt, das Clubman. Ja. Von Clubman gibt es ja viele Rasierwässer. Aber das hier ist halt der Klassiker. Selber Duft wie das Haarwasser. Nur intensiver. Also ich denke, das Haarwasser ist einfach so eine etwas verdünnte Variante von dem Aftershave. Ja. Also unterscheiden sich hinsichtlich Inhaltsstoffen glaube ich gar nicht. Nur die Dosierung ist wohl anders, damit das Haarwasser nicht ganz so stark duftet. Und ich bin fertig. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt muss ich auch gleich los. Aber wie schon angekündigt, habe ich mir noch ein paar Sachen bestellt, die ich auch demnächst vorstellen kann. Und da kann ich noch so ein bisschen erzählen. Ja. Aber für heute war es das erstmal wieder. Deshalb schön, dass ihr mal wieder in meinem Schrank Platz genommen habt. Ich muss euch jetzt wieder einschließen. Aber freue mich schon darauf, dass ihr bald wieder hier im Schrank sitzt. in Austin, Texas, in meinem Badezimmerschrank, wie es sich gehört. Ja. Also bis zum nächsten Mal.